Herzlich Willkommen zu Update Kompakt am 18.01.2018. Mein Name ist Hedrik und das sind unsere Meldungen. Sturmtuch Federica erreichte heute Nachmittag ihren Höhepunkt. Im Tiefland wurden bis zu 134 und im Bergland bis zu 230 Stundenkilometer gemessen. Die Anzahl der Todesopfer in Deutschland erhöhte sich auf 4. Neben dem Mann am Niederrhein kam noch ein LKW-Fahrer beim Verkehrsunfall sowie zwei Feuerwehrmänner von freiwilligen Feuerwehren sturmbedingt ums Leben. In den Niederlanden starben drei Menschen, ebenso wie eine Autofahrerin in Belgien und ein Mann in Italien durch umfallende Bäume, Trümmertaler und Sturmböen. Im nördlichen Teil Großbritanniens, unter anderem Nordirland und Schottland, mussten viele Schüler zu Hause bleiben, deren Schule aufgrund des Sturms geschlossen wurde. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit einem verbatisenden Sturmtiefs in Richtung Polen bis morgen Nachmittag. Es soll dann nur noch zwei Einzelböen im höheren Laden geben. Bis dahin bleiben allerdings alle Unwetterwarnungen aufrecht. CDU, FDP, SPD und Grüne haben im nordrhein-westfälischen Landtag gemeinsam eine Änderung des Abgeordneten- und des Fraktionsgesetzes durchgesetzt. So bekommen alle Abgeordnete im Landesparlament mehr Geld für ihre Mitarbeiter. Auch für die Fraktionsarbeit gibt es mehr Geld. Die Kosten belaufen sich auf etwa 14 Millionen Euro. Kritik kommt von der AfD. Sie sprechen von einer skandalösen Selbstbedienungspolitik. Kritik kommt ebenso vom Bund der Steuerzahler. Sie halten die Erhöhungen für völlig überzogen und verfahren. Man zweifelt daran, dass das Arbeitsaufkommen näher wird und kritisiert, dass nicht an anderer Stelle gespart wird. Man weist auch darauf hin, dass 2010 die Mitarbeiterpauschale nicht voll ausgeschöpft wird. Gestern Abend kündigte Nintendo die neue Produktlinie Nintendo Labo an. Diese soll sich laut Hersteller um kombinierte Bastler und Spielerlebnisse drehen. Konkret geht es dabei um Pappschamploten, die man selber zusammenbauen kann und mit der Nintendo Switch kombinierbar sind. Zu den einzelnen Sets soll es dann auch entsprechende Spiele geben. Der Hersteller will damit ganz allgemein die Kreativität anregen. Die Nintendo Labo soll ab dem 27. April 2018 in Deutschland erscheinen. Mehr Informationen gibt es wie immer auf derha.tv.de. Das war Update Kompakt für heute. Einen schönen Abend noch und bis morgen um 21 Uhr.